Okay, ich geh mit. Ich bin dabei. Ich auch. Was ist das Limit? 20 Dollar. Gut, okay. Hier sind die 20. Sie haben doch nur ein paar Karten gesehen. Wie wollen Sie da mitspielen? Wir wissen, was wir und was Sie auf der Hand haben. Hell und Dreck wissen Sie, was wir für Karten haben. Also, Sie wollten die dritte Drei haben, aber vergessen, dass Professor Green sie in seiner Straße hatte, als er gepasst hat, und geben jetzt vor, sie zu haben. Der Herr Staatsanwalt hat zwei Pärchen, weiß aber, dass das nicht genügt. Und Mr. Eisen hofft, dass seine Damen ausreichen werden. Ihr könnt mich mal. Das gehört Ihnen. Alles klar, nehmen Sie an meiner Seite Platz. Würde ich sehr gern, aber ich spiele nicht. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn du mich so ansiehst? Nicht, doch, hör auf. Ich muss los, ich bin schon spät dran. Geh doch nicht, ich mach ganz schnell, du wirst nichts mitkriegen. Während der letzten zwei Jahre hatte Mike McDermott die Finger von den Karten gelassen. Legen Sie uns den Fall Luther Campbell dar. Ich neige dazu, sie ihr Examen doch noch bestehen zu lassen, aber leider darf ich Prüfungen nicht abnehmen. Aber dann wird sein bester Freund aus dem Gefängnis entlassen. Ich fass es nicht, dass du jemanden kennst, der sich Worm nennt. Er ist wie ein Bruder für mich. Du bist für diese Frau sogar häuslich geworden. Und der braucht jemanden, der ihm hilft. Ich brauch Geld, um in irgendein Spiel einsteigen zu können. Ich hab mir erlaubt, deine noch ausstehenden Schulden einzusammeln. 25 Riesen plus Zinsen. Ich hab mich mit einem alten Freund von dir zusammengetan. Wir machen es wie früher. Du treibst die Spiele auf, ich setz mich an den Tisch und kassiere ab. Michael McDermott, ich wusste, dass du wieder auftauchst. Gestern, als ich an diesem Tisch saß, hab ich wieder gelebt. Ein Fingerglück, ha? Oh ja, ich hab immer nur gute Karten gekriegt. Der Typ hat keinen Cent mehr. Mein Blut begann zu kochen, meine Hautfingern zu kribbeln. Ich bin gern hier, in deiner Nähe. Ich kam mir vor wie James Coburn in die glorreichen Sieben, als er das Messer wirft. Ist euch eigentlich aufgefallen, dass er immer gewinnt, wenn er gibt? Hey, Moment mal. Nicht so schnell. Er ist ein Falschspieler und dabei deinen Ruf zu ruinieren. Wenn du dann aber nicht die gesamte Summe hast, gehörst du mir. Ich hab dummerweise für den falschen Typen gebockt. Ich will es nicht ein zweites Mal durchmachen. Was durchmachen? Dass du nochmal alles verlierst. Du hast dir keinen Ausweg gelassen. Wir können nicht vor uns selbst wegrennen. Wir Menschen sind so, wie wir sind. Teil aus! Matt Damon, Edward Norton, John Turturro, John Malkovich, Gretchen Moll, Funky Jensen und Martin Landau in Rounders. Wir sind so, wie wir sind.